Das Spiel, das ihr gerade spielt wurde, von einem der besten Entwickler und Teams herstellt, die ich kenne. Ja, vielleicht solltet ihr erst mal das mit der Space-Taste machen. Oder an einem Team-Taste. Damit Blacky wieder mitspielt. Ja, genau. Also wir sind auf jeden Fall schon mal zu dritt. Ja. Ja, toll. Ich stehe hier wieder alleine. Super. Okay, zwei Leute rennen auch schon mal weg. Der ist auch ein sehr interessanter Charakter. Zickzack. Irgendwer rennt da gerade um. Also ich hänge gerade oben auf dem Saloon und mache den grausamen Generator. Du warst das. Das ist übrigens Ghostface. Also Skarface. Da drüben besser? Ja, ich weiß. Ich sehe ihn. Ja, ich auch. Er hat dich am Blick. Ja. Er rennt Richtung Saloon. Jetzt zum Henker. Ja, da ist auch einer drauf. Ja, das war ich. Ja. Der gelortet. Okay. Okay. Selbstversorgung. Selbstversorgung. Vollversorgung. Geh weg. Ich blende dich doch zu sagen. Geh weg. Du musst ihn, glaube ich, irgendwie richtig treffen oder hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Oder leider nicht anwenden. Ja, toll. Hier ist gleich ein Haken. Super. Ja, kommt mir bekannt vor. Was ist jetzt du? Er rennt wieder auf die Freude? Rechtsrum? Von mir aus gesehen? Ja, das dachte ich mir, weil ich habe gerade Laute gemacht. Laute, Laute. Ja, der Random kommt zu mir. Er steht unten an der Veranda vom Saloon und rennt jetzt quer über die Karte Richtung weg von Flocke. Weg von Flocke? Weg von Flocke. Er ist hier. Jetzt ist er wieder bei Flocke. Aber er ist kurzzeitig weggelaufen. Er hat den Random. Ja, ich glaube, er hat einen Perk drin, dass er die Generatoren für eine gewisse Zeit sperren kann, wenn er jemanden aufnimmt. Ja. Oh, da unten ist der Keller. Und die, die zu sind, kann er sehen. Die, die zu sind, kann er sehen? Ja. Die, die gesperrt sind, kann er sehen. Er hat mich jetzt gerade auf dem Balkon des Dienstes gesehen. Und ist hinter mir. Aber ich bin nicht gefährdet. Aber er ist auch nicht dumm. Das Mädel ist vom Haken. Achso. Hast du. Ich war doch schon drüber. Da war doch noch ein C auf der... Oh, Spiel. Manchmal versuchst du heimlich zu sein. Und manchmal rennst du. Und wenn er renzt, ist er auch wieder falsch. Wenn du heimlich bist, ist er falsch. Und er kommt zu euch. Vorsicht. Ja, ja. Oh, Zickzack ist wieder down. Der wollte nicht mehr. Er kommt her. Er kommt her. Ich weiß, ich bin ja schon am Rennen. Ja, das ist schön. Er rennt hinter dir her. Ich hab keine Ahnung. Nein, nein, er rennt hinter mir her. Ja, weil ich gerade in dem Moment, wo ich uns nicht sehen konnte, die Richtung gewechselt habe. Ja, ja, die Tür war zu. Oh, Zickzack ist disconnected. Ja, ja. Einer der ehrbaren Mitspieler. Verstehe. Oh, ist er anders. Ja, gut, aber er hat mich einfach runtergeholt. Vielleicht war es zu viel für ihn. Shit, er hat mich gesehen in dem ganzen Gestrüpp. Er konnte einfach nicht mehr. Es war einfach. Ah, er kommt wieder her. Okay, Achtung. Er kommt direkt auf mich zu. Da sitzt er. Ja, ja. Sackratte. Der hat auf dich gewartet, ist auch klar. Er wusste, wo wir waren und fand er dann direkt auf dich zu. Also auf uns. Ich hab dann gehofft, dass wir einfach... Weil er kann so mal einen mit dem Runde holen. Falls er mich wieder sonst wo aufhängt. Nee, warte mal. Es ist aber zu spät für ihn. Ich kann ja noch krampfen. Ja. Krampft noch eine Runde. Ich sehe jetzt gerade mal nicht, wo er ist. Aber King weiß, wo er ist. Ja, ja. Das ist bei mir. Aber damit kriege ich zumindest mal die zwei Rettung voll, die ich noch brauche. Jetzt kommt er zu uns. Lauf. Erstmal macht er die kaputt. Wenn ich einen Jain nicht schaffe. Nope. Da traust du dich aber was da unten. Ja. Das sind 250 Punkte. Das stimmt. Deswegen glüh ich ja. Er ist irgendwo hier bei mir. Da kommt er. Ja. Ja, er kommt gerade. Ja. Ich hab dich. Ja, er rennt wahrscheinlich hinter mir. Ja, er rennt hinter mir hinterher. Ja, ich bleib hier wieder am Busch hängen. Musst du stutzen. Ja. Der Busch. Oh nein, jetzt hat er mich auf und auch für das Besserheitskreuz. Wart vorher macht er noch ein Foto. Ja. Ja. Ja, ich bleib hier zu schreien. 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 Ja, er hat den Großen drin. Alles klar. Dann freue ich mich ja schon aufs Foto. Macht das gerade mit dir, was er mit mir gemacht hat? Ja. Er hat den Ultimative Perk drin. Oh nein. Und wo ist jetzt die Blöde Luke? Ich hab keine Ahnung. Ich finde die erst zum Schluss auf. Die... Die ist jetzt auf. Die ist jetzt auf. Nein, aber ist die vorher schon da? Kann. Ja. Okay. Wenn wir genügend Generatoren gemacht hätten, dann wäre sie vorher aufgegangen. Ja, der hat sowohl zugeprügelt, oder? Nee, er hat einen Ausgang aufgemacht. Die Frage ist halt, ob man jetzt da hinten da wartet, oder? Ja, da. Ja, das kann nicht sein, dass der so... Ja, egal. Hast du ihn gesehen? Ja, er hat mich auch gesehen. Was ist das denn? Sag mal... Also, mal abgesehen davon, dass der den Killer schon irgendwie ganz geil spielt, ist das aber schon ein bisschen gemein, ne? Der jagt den jetzt in die Richtung zum Raus. Ja, das ist okay. Der Ausgang ist nicht offen. Er hat ihn einfach nur die Luke aufgemacht. Jetzt hat er mich gefährdet. Ja, mein ich doch. Ach, guck an, ich hab ihm zumindest das Ding noch gegeben. Was für ein Killer, ey. Er hat einen Ruck gespielt. Oh ja. Das der Zickzack rausgegangen ist, das fand ich nicht witzig. Nee. Aber wir haben ja mal nicht einen Generator geschafft, ne? Weil der einfach nur Hammer war, der Killer. Doch, ich hab einen Generator gemacht zum Schluss. Wir haben einen Generator geschafft. Echt? Wir haben, glaub ich, sogar noch einen zweiten, glaub ich, geschafft. Nee, nur einen. Es sei denn, du hast dann noch einen gemacht. Nee, kam ich nicht zu. Weil ich hab die gemacht, da war Flocki schon weg.